Das haben Sie ganz gern in der Pfanne schon mal. Jetzt tun Sie mit dem Schlauch spritzen. Jetzt kommen Sie in die Pfanne, wenn Sie duschen. Jetzt kommen Sie in die Pfanne zu Hause. Die sind in den Pfanne. Und die Beben müssen zu Hause. Sie kommen zu Hause. Sie kommen ganz hinten rein. Sie kommen bis zum Schlauch. Sie kommen momentan raus. Sie kommen in die Pfanne zu Hause. Sie kommen in den Pfanne. Ich habe einen kleinen Klub. Du bist ja ein Köst. Du bist ja ein Köst. Ich habe eine Präzision. Ich habe eine Präzision. Ich habe eine Präzision. Ich bin ja im Köst. Es ist noch sehr interessant. Es ist gut, ob es in einer Präzision ist. Es ist gut oder nicht. Aber man sucht mich mit.